Oh, da bist du ja schon. Fabian hat ein ziemlich nice Gadget gefunden, das vor allen Dingen für PC-Gamer interessant ist. Und zwar ein 3,5 Zoll großes Display, das man easy per USB-C mit dem Rechner verbinden kann. Man kann es entweder mit dem beigelegten Ständer benutzen, oder ihr habt einen Tower mit Glasscheibe, dann könnt ihr es auch direkt in euren Rechner integrieren. Um euch zu zeigen, was das Display kann, habe ich es mal provisorisch in die Glasscheibe geklickt. Man kann das Ganze aber definitiv ordentlicher machen als ich jetzt hier. Für das Display gibt es eine Software, die man sich einfach aus dem Netz laden kann. Hier kann man dann einige Einstellungen treffen, Presets auswählen oder eigene Designs erstellen. Ähnlich wie der Taskmanager kann euch das Display dann einige Informationen über euren Rechner liefern. Beispielsweise kann es anzeigen, wie viel GPU, CPU oder RAM-Auslastung ihr aktuell habt. Und auch die Temperatur von verschiedenen Bauteilen kann euch das Display anzeigen. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier schon echt viele Presets. Und die meisten waagerechten Presets habe ich euch gar nicht gezeigt, weil ich es halt eben hochkant eingeklebt habe. Und dieses Design hat Fabian sogar selbst gebaut. Für 30 Euro gar nicht so schlecht.